Knack, knack, knack. Da ist die Knack, knack, knack. Und da sind die Fische. Zwei große Rotfedern. Oh, die sieht man aber schön. Ah, gleich an meinem Fuß. Oh Gott, ich hab Angst. Oh, die sind aber zutraulich. Vielleicht war das ein Baby. Oh Gott, der verfolgt mich. Oh Gott, der kommt wirklich. Der kommt zu mir. Nee, 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 Hilfe bitte nicht. Ey, der verfolgt mich wirklich. Der will mit mir spielen. So wie der andere, wa? Geh weg. Der kommt mir immer noch hinterher. Hier ist die Muschel. Der hat sich bewegt. Guck mal, Schatzi. Das ist ein Zander. Das ist ein Zander? Das sah aus erst wie eine Rotfeder. Guck mal, da ist noch einer da vorne. Neben der Muschel. Ey, voll schön. Jetzt zeige ich mir noch das andere Muster, was die andere Muschel da gemacht hat. Ich wusste nicht, dass die sich bewegen. Ich dachte, die bleiben immer an einer Stelle mehr oder weniger. Wo ist es denn, dieses Muster? War die nicht hier irgendwo? Nee, die sehen wir hier. Oh, die kann aber schnell stimmen. Hast du die andere Muschel gesehen? Ah, hier ist er. Ja, ja, ich sehe sie schon. Na, sie sind zwei Zander. Die waren ganz schön groß schon. Richtiges Muster. Ein Kreis. Und dann war da ganz vorne auch noch eins. Das nicht, das ist ein Stein. Instone. Okay, vielen Dank. In fruitful sind die Muster. Untertitelung des ZDF, 2020